Darum Viermal? Natürlich auch geil Ja, vier Rüstung drauf, ne? Bis die weg ist Den im Minimo und raus bist du Na ja, Glück gehabt Gerade so, ne? Die, na, hier muss es ja Katapult laden Und Feuer Warte, ich kenne die Karte gar nicht, ey Jetzt kann ich dir alles anklicken hier Achso Was kann man mit dem Tor machen hier? Zumachen Und was kann man mit dem Ballon machen, wo anklicken? Mach mal weiter Ich will nämlich nicht einschlafen Doch Nee Schlaf ruhig ein Hm, hm Eh, Katapult Ich weiß nicht, wie das gemacht wird Stein Ach, scheiße, das war toll Haha, überspielt Ich hab's ausprobiert Ich hab's ausprobiert Ja, ja Och, Kea, geh mir nicht auf den Kayaks mit deinem Sportmonster da Aber jetzt weiß ich, dass das aus nicht geht Höhööööööööööööööch Höhöööööööööööööwärüb Outro Das sind ziemlich Weißt du? Weiß ich nicht. Ich hab nichts gemacht. Nein, bloß nicht. Nee. Willst du es ja nie tun. Ja, alles klar. Gib dir einen Sack, Monster. Ihr f... eat this! Das war's! Das war's! Das war's! Nein. Du hast irgendwas Schlimmes. Ja, genau. War ich nicht. Warum auch nicht? War ich nicht. Hä? 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 So. Ja, ist richtig. Ja, was denn? Ich kann nichts anderes machen. Was soll ich denn machen? Hm, du mich auch. Bitte sehr. Ja, ganz lieber. Ach, aber ich glaube, ich könnte noch verlieren. Meinst du? Hm. Hm. Ist ja überall dabei, die Karte, ne? Nee, nicht überall. Fast überall. Yo, yo, yo. Mach mich doch noch kalt. Das ist ne Standardkarte. Ja, tu mir ja auch. Timm ich noch. Penner. Na komm, tröste dich. Tröste dich. Hab mir doch grad Schaden selber hinzugefügt. Die braucht doch nur ne Karte mehr. Jo. Achso, fertig. Der Gegner ist dran. Bitte sehr. Du darfst. Ich darf. Ja. Und du bist doof. Ich hätte mir was zu essen holen sollen vorher. Nein. Nein. Oh. Machst du extra, oder? Hm? Machst du extra, oder? Hm. Besonderes, da ich nur noch sechs Leben hab. Ja, und kann ich da nix für. Alles seine Schuld. Ich bin bereit, aber ich nicht. Dam dam dam. Ach, Kea. Santus, Santus, Santus. Stinker, Stinker, Stinker. Na, was haben wir für ne gecheatete Karte? Arcana Schuss. Oh, das ist diesmal. Ja, mach ich nicht. Joach, warum nicht? Ach ja, warum nicht? Was gibt's denn jetzt noch? Gott, das steht. Was ist das denn jetzt? Achso, verliebt. Achso, okay. Okay. Kein Schaden gekriegt. Äh, klar. Hä, hä, hä. Hä, hä, hä. Hä, hä, hä. Ich hab ein Geschenk für dich. Bitte sehr. Hä, 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 hä. Bist du ein Penner, weißt du das? Achso. Ja, nimm doch, nimm doch dich selber, du Vogel. Kann ja nix machen. Was machst du, äh? Dann geh aufs Feld. Was machst du da? Was machst du da? Blöde Karte, du. Du brauchst aber auch lange, echt. Okay, die ist für den nächsten Zug vielleicht ganz hilfreich. Aber nur vielleicht hilfreich. Ich schlade mal wieder das Katapult. Katapult. Ja. Tschüss. Bam. Ah, hast du nicht da genug von gehabt? Ja, warum nicht? Melde dich zum Dienst. Hm. Hm. Mm-hm-hm. Das heißt so. Ist halt so. Ja, Maaam. Tug mich auch. Feierabend! Penner. Zwar so knapp. Mhm. Aber hier fehlt... Da war halt die Karte da. Du bist ein Arsch. Achso ich hab... Oh, genau, jetzt habe ich den nächsten, jetzt komme ich, jetzt kann ich auch den Paladin spielen. Mach doch. Ich würde mir erst was zu essen holen. Ja, aber nicht mitten in der Aufnahme. Ach, bis gleich, ciao. Ciao. Gleich in der Aufnahme, was sonst? Lass die Aufnahme weiterlaufen. Oh Mann, Leute, der hat doch einen Schaden, echt. Boah, mitten in der Aufnahme rennt er mal los und holt sich was zu essen. Was haltet ihr von sowas? Einer in der Klatsche oder nicht? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Da bin ich ja mal gespannt, was ihr alles schreibt. Ach ja. Das war ein Vogel echt. Bam bam bam, bam bam bam, bam 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 bam. Hm. Du 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 du, du 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 du. WofürUS WofürUS Wofürs Mann bam bam. Achja man. Da braucht doch lange. noch ein paar minuten und dann haben wir schon ein bisschen mehr voll ach hab ich falsch gerechnet da gerade da kommt er ja schon wieder der kleine kopf bin wieder da ja ich war ganz lieb ich habe nichts gesagt du hast bestimmt die aufnahmen unterbrochen ne die aufnahmen läuft noch eine auch ich habe irgendwie scheiße gelabert ja ich kann beim irgendwas mit 38 minuten dann let's go bestiche wächter suche brett aus können anderen habe ich nicht gewollt m m m m Hätt ich die anderen gerade auch behalten können, nämlich echt. Ja, tröste dich. Tröste dich? Ich tröste dich aber nicht. Nee, bitte sehr. Ja, du mich auch. Ja, was soll ich denn sonst machen? Am Popo kratzen. Ja, mach ich auch irgendwann mal. Aber gerade nicht. Ja, siehst du? Machst du das doch selber. Das andere kann ich nämlich nicht machen. Mach ich das aber so. Ach ja, du bist schon so ein Vogel. Möde mich zum Dienst. Ja. Beide denselben Gedanken. Ja. Ich komme gerade so hoch. Bist du am Aufnehmen? Ich sage so, nein, ich hole mir nur Essen. Ja, ja. Jetzt ist die Tüte leer. Tüte ist leer, was? Oh, Tüte ist leer, wieso? Ich habe alles ausgekippt. Habt du dein Finger im Poker-Stick? Nein. Wir haben einen Scheiß-Duell hier, ne? Merkst du das? Wir können ja ganz einfach so weiterspielen. Anstatt das zu machen, dass wir rufen können und dann wollte er so machen können. Meinst du so? Achso, vielleicht auch noch so. Na ja, ja. Ja, lassen wir mal so. Kann eh nichts anderes machen. Genug Karten aufhören, aber kann nichts machen. Ja. Weißt du, das geht in ganzem Tast jetzt so weiter. Kann so weitergehen, ja. Ja, warum nicht? Warum nicht? Das stimmt. Hm. Einen Minimum? Und raus bist du. Aber irgendwann muss ja auch zu Ende sein. Ja, du mich auch. Kannst mich mal. Ja. Bist klar, ich bin ein Affe. Achso. Du musst ja irgendwann mal losgehen hier. Du kannst doch nicht so weitergehen mit den Karten hier. Hähähähähähähähähäh. Für die nächste Runde habe ich zwei Überraschungen für dich. Ja. Hast du? Oder die dritte Runde danach. Ja.